Ein wunderschönen herrliches Willkommen hier auf meinem Kanal JanikVlogTV. Ich bin ein bisschen sehr spät dran, ich reich mal wieder mit einem großen Lipppack und mit meiner Tasche nach Köln. Es ist wieder Gamescom-Zeit und ich nehme euch da heute wieder mit. Und ich bin ein bisschen arg spät dran, weil ich noch ein paar Sachen gemacht habe, wie für Flauschhilfe, Social Media, aber auch ein kleines Interview, der geführt wurde mit mir, mit dem Thema Flauschhilfe und was da auch immer ist. Und deswegen hat sich der Halle ein bisschen verzögert. Nicht so, dass ich es eigentlich nicht lernen wollte. Da gerade fehlen auch noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, wo die sind. Und ich muss hier drinnen zum Nürnberger Hauptbahnhof. Wir haben den Weg von Kaffee zum Zugmütterschaft. Weg von Kaffee zum Zugmütterschaft. Und ich habe mir gerade noch gestohlen. Mal wieder ein paar Minuten. Wir haben aktuell ein paar Minuten verspätet. Und fahren wir auch weiter. Kaffee zum Zugmütterschaft. Und dann mal schauen, wann wir genau an. Kaffee zum Zugmütterschaft. Ja, hier in dem Raum, wo ich mich daran befinde, da werde ich die nächsten Tage dann auch übernachten, aufschneiden, Video produzieren, was auch immer. So meine Damen und Herren, wir sind hier fertig. Ich zeige euch gleich den Anblick, der wunderschön ist. Leider fehlt mir da gerade ein Monitor. Der Monitor geht leider nicht. Ich habe soweit alles aufgebaut und wir haben halb elf. Ich schneide jetzt schnell diesen Vlog und dann geht ihr endlich morgen zum ersten Gamescom. Medienpresse Whitecard Tag losrollen. Meine Lieben, wir sind im Restaurant oder ich bin hier fertig. Ich schneide dann gleich das Video. Und morgen sind dann eben die Kollegin Annette und ich auf der Gamescom. Beide ein bisschen unterschiedliche Zeiten. Aber ich glaube, die Kollegin wird auch dann ein bisschen filmen und dokumentieren. Das wir uns dann vielleicht auch mal mit reinschneiden werden. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das morgen alles genau wird, weil das alles ein bisschen sehr speziell ist. Das werde ich euch aber morgen oder übermorgen nochmal genauer erklären. Und ich sage damit erstmal, von der Anreise hat alles soweit gut geklappt. Ein bisschen Verspätung, aber das sollte auch mal drin sein. Ist in Ordnung. Ich habe glaube nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu sagen. Damit dann einfach schönen Abend oder schönen guten Tag und willkommen am Tag 1 der Gamescom. Ich weiß nicht, das war meeting.